Ich hab heute Abend ein Dät. Oh, toll. Es wird wahrscheinlich damit enden, dass wir Sex haben. Nur zu? Harten Sex. Gut. Komm, nicht in mein Schlafzimmer. Ist versprochen. Auch nicht, wenn du mich schreien hörst. Ganz besonders, wenn ich dich schreien höre. Es sei denn, du hörst mich wiederholt rufen Ambulanz. Ambulanz? Das ist mein Codewort. Die hören's manchmal nicht wegen der Ledermaske. Jede andere Mutter hätte aufgehört bei Ich hab heute ein Date. Hilfe! Aufhören! Nicht! Aufhören! Was machst du denn? Ich hab gesagt, nicht aufhören! Ich sollte mich mit einem Gewehr aufs Dach setzen. Oh, hi. Hey, Walden. In deinem Zimmer waren noch ein paar Bücher. Oh, danke. Deshalb musst du doch nicht extra herfahren. Kann man wirklich eine Frau hypnotisieren, damit sie zur Sklavin wird? Oh, Mann. Das war nur ein Gag, hat mein Bruder mir geschenkt. Und in zehn Minuten zu fantastischem Reichtum? Das ist meine Lieblings-Klo-Lektüre. Ich würd dich ja reinbitten, aber meine Mom hat mir verboten, Freunde einzuladen. Alles cool. Ziehen wir los? Was unternehmen? Zum Beispiel? Ambulanz! Ach, wir finden schon was. Ambulanz! Ambulanz! Ambulanz!